ja hätten runtergefallen naja da war ab gefunden in der Leule gibt es gar keine Schilder die macht 5 und die machten 6 okay entschieden gibt es hier auch irgendwo Heuballenschild das wäre nicht verkehrt mann hätte das sein können hm, da gibt es nur Diamantenspitzhacken hier, Zaun oh oh, mich verfolgt einer auf welcher Insel bist du? Eis und geht's auf irgendeine Turminsel ich guck mal wo du bist nein, jetzt fall ich hier in die Schlucht und da sind schon fünf andere was, alter? wie geht das? ja ich hab zehn weiße Wolle gefunden ich geh jetzt unten ins Loch rein vielleicht ich glaube mir folgt einer so jetzt mal ein bisschen pipi du bist auch gleich tot wieso? nein, nicht du, sondern der Typ, mit dem ich da rede so so, der ist tot da gibt es XP Flaschen oder was? ja, XP Flaschen gibt's da in diesem Loch wie viele? weiß ich nicht, zehn kriegst du da auf einmal in dem Loch am Hauptspawn da das bringt's eigentlich gar nicht hier ist dieser komische Michi also der ist nicht komisch, aber so, ich hab jetzt zehn XP Flaschen so, der versuchte ihn gar nicht zu killen oh, der ist runtergefallen wenn ich backmachen, ne, was ich geh jetzt erstmal nur XP Flaschen holen, ja hier ist schon Leute hatten die Helm cool, die Helm sehr gut hey, ja, ey das heißt, die gibt's ja auch irgendwo zu finden ja, klar, es wird alles geben wird auch dir Schwerte geben ja, ne, ist auch klar so, ich bin jetzt auf ich geh jetzt hier erstmal XP Flaschen holen hab jetzt schon 30 Stück alter wie viel Stuff da unten ist ja, ach, ne da ist ja, ne da ist ja, ne da ist ja, ne, ne ohne Ende sind sogar Smaragde bei ich weiß hab jetzt 50 XP Flaschen 50 ja what the hell und davon können wir uns dann die Dinger holen und dann davon ich hab ne Schere gefunden m ja, da ist es doch so und da ist ja einer One-Hit und der kann sogar fliegen One-Hit, ja, das ist dumm ja ich hasse so ne One-Hit-Typen ah komm schon mal runter, ja, ich hab mich hier runtergeschlagen ah, der ist ein Kartmann alter der tötet mich noch alter scheiß Typ, die daten dir schon ja lol seit ihr unten bist du in diesem ich bin in diesem Loch am Rand der kann mich von überall schlagen ich bin nach ganz unten gegangen und kill den jetzt, oh ich geh da rein, der hat nicht mehr so viel Leben nein, ich hab weißt du gerade wie viel XP Flaschen ich bei hab weißt du, wie lange ich dafür gewartet hab ich kommt dieser Typ und wer mich töten wie viele denn über ins Deck, man lol ja, du kriegst einmal 10 auf einmal Außenring da an diesem Ding oh, hab ich mich runtergefahren der hat dich gekillt, oder? ich kill den, ich kill den ich kill den ich kill den, ich kill den ja, das war der ja, aber er hat nichts hast du die XP Flaschen? ich hab 14 Level ja, gut, ich hab 8 komm, hol XP Flaschen ja, mach es gehen wir runter und schlau ja, der ist fast tot unten wo ist dieser Arts Gaming? oh, geh ruhig ich bin noch Level 13 ich hol mir noch 200 Stern Alter, der muss tot sein wer? Arts Gaming oh, ich bin unten hab ganz viele Sachen Alter, da kommt oh, weißt du wie viele Sachen da rumliegen ich hol mir jetzt erstmal aber ich kann es mir vorstellen so komm, wir gehen jetzt nur noch auf Jagd nach XP Flaschen nur noch da so äh 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 Alter voll der Hacker nützt denn okay, ich nehme mit Scherp mann so Kommers Born Abschied voll gesündet um was soll ist warte ich nur noch kurz ein bisschen wirklich also warte die Folge du wie lange ist die jetzt die Folge wo bist denn du ich werde daraus mehrere Folgen schneiden achso du weißt schon, dass die das hören hey, ja gut klar, warum nicht alter gut drück mal FN FN äh F1 warum sollte ich das sieht voll cool aus oh Luis, ich weiß schon was das ist äh ja lol hier gibt's Tränke hier kann man Tränke kaufen lo, ich bin auch grad da oben ja, ich weiß Direktheilung 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 übrigens unter Escape und Optionen gibt es Super Secret Settings ich weiß und da macht ich 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 da ist auch der Bildschirm verändert sich zum Beispiel beim Laufen dann zieht es so hinterher oder so dann sieht das total anders aus lol wie zieht es denn hinterher? wie geht das denn? naja, das ist halt wenn man sich so bewegt so dann zieht der Bildschirm so hinterher ja, weißt du wie man das anmacht? ja, du musst einfach unter Super Secret Settings einfach aufdrücken ja, mach mal jetzt ist so Alter, wie hässlich sieht das aus gerade? ja, eben da ist ein riesen Punkt bei mir in der Mitte lol also ich bin das nicht das wahrscheinlich dein Kopf Alter, jetzt ist alles verpixelt jetzt ist es Mann, das macht Alter, ii ey, ich kann das nicht mehr zurückstellen ey, ich hab Schneebälle gefunden freudig ey, Goldschwert jetzt ist es fast 3D ey, was ist das jetzt? ach, jetzt ist alles auf dem Kopf äh, ja das ist auch nicht normal hä? so, jetzt denk Alter hässlich ah, wie im Fernseher ja, aber irgendwann kommst du zu Ausgangs zum Ausgangspunkt ja, irgendwann bei mir hat's ein paar Minuten gedauert, weil ich's gar nicht mehr von den anderen unterscheiden konnte ich bin schon wieder da ach so, naja Leute, das ist halt ziemlich so gut, das war's dann witzig mit Skype-PVP erstmal wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao bei wir sehen uns schon